so lasst mich dann mal hoch so muss das immer sein einfach per leiter dahin wo ich hin will und dann sind wir alle zufrieden wo ist denn hier der aussichtsturm punkt hier drüben irgendwo muss doch hier irgendwo synchronisieren können oder nicht oder muss ich da oben auf die spitze das wäre immer voll sinnlos wo ist denn der punkt ach da unten ist er auch erst mal sagen schön karte freigelegt so muss das sein können wir jetzt mal gerade gucken weil hier sind ja noch so ein paar sachen der schnelle reisepunkt ist ja auch schon uns hier können wir gerade auf der bank gucken und zwar geld abheben ja genau hier können das geld mitnehmen buchführung das brauchen wir jetzt erst mal nicht dann können wir neben dran gucken was es hier noch gibt okay für kleine färben ach wie geil was sieht denn da geil aus kastanienbraun römisch oliv ebenhol elfenbein ebenholz sieht schon nicht schlecht aus ich nehme mal elfenbein auch weil der preis dafür nicht so krass riesig hell teuer ist und gegenseite verkaufen das wollte ich ja später noch gucken und damit haben jetzt sexy neue klamotten das können wir da vorne noch den schmied freischalten muss ich nur gerade gucken wo der ist ja dann bin ich einmal im karier gelaufen ist auch geil bin ich blind ach da ist er sagt jetzt noch mal einer auch renoviert für tausend punkte und damit kriegen wir pro 20 minuten tausend florin eigentlich müsste man das spiel einfach mal laufen lassen für eine stunde dann hat man geld das ist super was will man mehr waffen ach die will ich später jetzt möchte ich erst mal meinen komischen gaul haben komm mal her kollege das möchte ich nämlich da hinten das mal untersuchen auch wenn der weg gerade irgendwie ziemlich abgeschottet hier ist aber anscheinend muss das so sein ok ja sind ruinen das sieht dem ganzen pack hier ähnlich komische pyramide in der wand ach da ist es doch schon da sieht man es doch schon von weitem das gegentreten ist quasi das anklopfen wisst ihr das hat alles einen sinn was er da macht er zu denkt mit ist ja ob der irgendwas ohne köpfchen macht ach wie sieht schon geil aus helfen wollen respekt so ja das ist doch geil da freut man sich doch so wie man begrüßt wird oh man ja ja das gleiche wie immer innerhalb von acht minuten das kennen wir ja auch schon ok dann müssen sie beeilen zweifelt zwar wieder dass wir das in acht minuten schaffen aber naja wir können ja mal abwarten vielleicht klappt es ja aufgrund was weiß ich doch aus versehen einmal ich muss nach oben rechts oder so meine ich gerade gesehen zu haben ah ja auf anhiebricht ich komme gerade auf die uhr wir haben acht minuten umsonst ok 28 da mein gegner oder wenn ich gerade schatten gesehen bin ich verwirrt oh oh nicht sterben kollege so ey so kannst öfters laufen das klappt sogar mal ganz gut hier ein wunder ist geschehen aber im moment muss man auch nicht so viel nachdenken im moment muss man einfach laufen da seht ihr der weg splittet sich auf das ist ja schon mal ganz klasse ja toll eine kiste das ist alles zeitverlust hier wieder muss jetzt eigentlich hier richtig sein oder hört mal auf ich so geheimgänge zu bauen das war übelst scheiße das heißt geheimgänge abzweigungen ich kann abzweigungen spiele generell nicht leiden weil ich dann immer angst habe irgendwas zu verpassen ich glaube ich bin ja nicht der einzige mensch dem zu geht so 30 meter klingt gut ok da muss ich hoch wahrscheinlich das soll ja jetzt nicht so das problem sein und das versteck finden ja das ist freut mich aber ich glaube sind sogar richtig da muss ich jetzt lang darüber wahrscheinlich nur jawohl dann darüber na komm schwing dich rüber näher ein bisschen so jetzt kasse festhalten und rüber sagt die uhr zwei minuten haben wir glaube ich schon das heißt wir haben noch sechs und wir kommen gut voran muss man einfach mal so sagen oh gott das hat wirklich so ein labyrinth gebaut ja geil was bauen diese abzeigungen ich gehe mal hier lang wird schon alles irgendwie seine richtigkeit habe ich gehe mal dahin wo licht ist ach nee ich glaube da wo fackeln sind ist der richtige weg also möglich wäre es zumindest wie richtig bin ich jetzt im kreis gelaufen oder was an die müssen hier alle hier geht es dann wieder hoch okay gott das verwirrend er baut denn auch sowas so jetzt gehe ich mal nach links wieder nach links ich folge den fackeln die werden da schon nicht grundlos sein doch Oh, come on! Ähm, kann ich da runterspringen? Ich bezweifle es gerade ein bisschen. Ich bezweifle es gerade wirklich ein bisschen. Da steht, ich soll einfach mal runterspringen. Ja, okay. Was schlagen die mir denn auch vor, sich einfach fallen zu lassen? Ich glaube, es hackt. Spiel. Ubisoft. Ihr seid doch immer alle schuld. Nein. So böse sind wir natürlich nicht. Das Spiel ist ja gut, wisst ihr? Kann man sich nicht da drüben festhalten? So. Jetzt kann ich doch hier einfach runter turnen, oder nicht? So. So. Hepp. Jetzt kann man da runter. Funktioniert doch. Ich weiß gar nicht, was ich mich schon wieder so doof anstelle hier. So. Jetzt kann man da an den Balken springen. Und da rüber. Nein! Steuersteuerung. Weil du nicht arbeiten willst, wie ich das will. Oh Gott. Da hat man schon so eine schöne Rüstung und dann bringt die einem auch nichts. Ach ja. Neuer Versuch. Ist ja nur alles meine Zeit, die hier flöten geht. So. Dann halte ich mal da unten fest. Dann halte ich mal da fest. Dann halte ich mal da unten fest. So. Auf ein neues. Ich möchte da rüber. Besteht die Möglichkeit. Dankeschön. Es ist trotzdem irgendwie noch alles zu einfach. Die anderen Dungeons waren es schwere. Äh. Da sind Fackeln. Okay. Wo bin ich jetzt gelandet? Bin ich... Ach, ich muss da hoch. Okay. Mal gucken, wie ich da hochkomme. Ah. Ja. Das war... Ach, eine Fahne. Interessant. Komme ich da hoch? Komme ich da irgendwie... Ja, nein. Vielleicht wirst du... Ich will da hoch. Aha. Ah. Jetzt komme ich da auch links an den Balken, oder? So. Jetzt muss ich gucken. Ach, die Sonne blendet mich vom Fenster. Ich sehe so wenig. Wenn mein Handy vibriert. Mach ruhig Terrorhandy. Nein. Nein. Ich hasse dieses Spiel. Teilweise. Manchmal. Nochmal. So. Jetzt musst du doch einfach nur da rüber. Häp. Häp. Jetzt musst du einfach nur... Da rüber. Bist du dumm? Bist du einfach nur dumm? Etze Auditore di Firenze. Komm du mir mal hier vor die Haustür. Dann aber setzt was. Dann klatscht es. Aber kein Beifall. Meine Güte. So. 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 Da. Dran. Da. Rüber. Darüber. Das war jetzt eine schwere Geburt. Meine Fresse. Äh. Bin ich richtig? Bin 100 pro falsch. Sieht noch richtig aus. Hm. Die 8 Minuten sind gleich rum, glaube ich. Ja, die 8 Minuten sind gleich wirklich rum. Und das sieht nach dem letzten Raum aus. Ach, ne. Ich suche die, die den Romulus-Kult anführen. Das wäre ja auch zu einfach gewesen, einfach das Seil dazulassen. Aber wenn hier die Pfosten schon so stehen, kann man da bestimmt hoch. Das war ja so klar. So. Frage ist jetzt nur, was bringt es mir, hier zu sein? Ich komme immerhin hier schon mal hin. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Frage ist nur, was bringt mir das hier hoch? Jetzt kann ich da bestimmt rüber. Schafft der das? Oh Gott. Das wäre das Letzte, was ich schaffen würde. Ich schaffe es ja schon nicht, so ein Seil einfach hochzuklettern. Komme ich doch da schon? Ich würde das nicht überleben. Assassine wäre kein Beruf für mich. So. Aber man könnte Leuten Geld aus der Tasche ziehen. Das ist natürlich eigentlich eine super Sache. So. Oh oh. Oh oh. Aufpassen. Wenn mal mal wieder was knapp war hier. Perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. Natürlich. Du fällst es aber nicht. Das wäre nämlich schön blöd. So. Jetzt kann ich wahrscheinlich da das Kreuz irgendwie hoch oder so. Komme ich da hoch? Moment. Komme ich da von hinten irgendwie hoch? Ah. Das sieht schon besser aus. So. Jetzt kann ich doch... Kann ich hier irgendwo hinspringen oder so? Ah, da geht's lang. Okay. Ey, die 8 Minuten sind fast um. Und es sieht eigentlich gut aus. Beeil dich, alter Mann. Ich will die 100% Synchro. Ich will sie haben. Ich will sie haben. Gott, wenn jetzt vielleicht dieser Countdown anfängt, ne? Dann kriege ich aber einen Rappel. Lauf, 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 lauf. Wauw, ich hier grad im Kreis oder ist das geplant, was ich hier mach? Gott, ich weiß überhaupt nix. Oh, noch ein Raum. Alter, das schaff ich nie mit den 8 Minuten. Das wird sowas von nichts. Hm. Hm. Was soll mit diesem Eindringling geschehen? Hört nicht hin. Als ob der irgendeine Chance hätte. Ich sag's immer wieder. So viel dazu. So viel dazu. Ähm. Komm ich hier irgendwo hoch? Moment. Und jetzt muss man grad hier ne Orientierung schaffen. Da komm ich hoch. Ha. Hihihihi. Ja, ja. Schwund ist überall. So. Noch einer, der auf den Sack möchte? Oder war's das jetzt von eurer Seite aus? Ich glaub, das war's. Das sind aber irgendwie auch sehr lange 8 Minuten, hab ich das Gefühl. Jetzt muss ich da wahrscheinlich irgendwie rüber. Komm ich hier irgendwo hoch? Ja, hier komm ich hoch. Okay. Ähm. Ach. Kollege. Soll das denn schon wieder? Ja, die 8 Minuten laufen gerade ab. Scheiße. Es hätte klappen können. Hm. Mist, 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 Mist. Äh. Scheiße. Ja, es hätte funktionieren können. Oh, hab ich da rüber. Und nicht abstürzen. Wäre auch cool. Oh Gott, jetzt kommen auch noch viele von den Viechern. So. Nummer 1. Fall doch einfach runter. Nächste. Ich bin hier. Versuche gerade nicht zu sterben. Alter, die sind ja genauso flink wie ich. Sollten vielleicht auch Assassine werden. Nö, nö. Lasst mich in Ruhe. Ich bin weg. Tschüss. Hihi. Wenn da oben jetzt der letzte Raum ist und ich gerade um eine Minute das Ende verpasst habe, ne? Er entkommt uns. Komm. Einer der anderen Tunnel führt uns zu ihm. Ich habe gerade wirklich in einer Minute das Ding verpasst. Scheiße. Ey, es hätte funktionieren können. Mann. Wie behindert. Die anderen Kisten interessieren mich jetzt nicht. Mein. Ach, scheiße. Ich wollte 100 Pro Synchro haben. Mi, 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 mi. Schade. Wirklich schade. Ja, Handy. Beruhig dich. Alles gut. Ich mache doch jetzt hier eh einen Schnitt. Okay. So. Bla, bla, bla. Ich kann jetzt eigentlich schon mal Tschüss sagen, weil wenn der Ladebildschirm weg ist, ist der Part eh vorbei. Also. Äh, passiert noch irgendwas? Nein, er steigt nur aus dem Gully. Und dann ist wahrscheinlich auch Ende Gelände. Und wir können uns dann im nächsten Part mit irgendwelchen anderen Missionen wieder aufhalten. Mit richtigen Hauptmissionen. Und die nächsten drei, äh, Schlüsseln, die wir noch brauchen. Gut. Das war's von mir. Viel Spaß noch und haut da rein. Bis zum nächsten Mal.